Okay, ich bin noch im Grunde. Du musst heute es doch nicht immer leugnen. Ja, ist gut. Mein weiterer Bereich für meine Kompetenz. Genau. Wie ruhig das gerade ist, ne? Ja, aber ich kann gerade einfach nicht spielen. Was ist los? Was ist da gerade nach oben gerast? Oh, das war die Lok. Allemann zurück, die Lok funktioniert. Wer ein Problem, die Lok fährt. Äh, ich. Ich bin grad so nebendran auf einmal saustet irgendwas dran vorbei. Ja, war die Lok. Du, das ist ein Fahrzeug, das fährt. So, machen wir jetzt mal ein bisschen Stahl. Müssen wir auch mal wieder ein bisschen auf Vorrat machen, ne? Einfacher Auftrag geben. Ich kenn den derzeit schon mal, haben wir noch Luxorid-Post. Ich hab da nämlich so ein kleines Projekt gerade, was dir gefallen könnte. Was wäre? Das ist ein Geheimnis. Hä? Du brauchst keine Angst zu haben. Sollte ich? Nein. Nein. Vielleicht doch. Aber nein. Doch solltest du. Dann. Ja, das war es nicht so. Also, ich nehme an, da. Ich weiß ja auch warum die Lok so schnell war. Warum? Weil sie so schnell eingestellt war. Naja, ich hab dich ja drauf gezupft, dass die Feuer untermarsch hatte. Das auch. Yeah! Teilweise hat mich aber auch bei dir heute über einen TS doppelt. Hast du ja über die Ferien irgendwas bei dir umgestellt? Nee, eigentlich nicht. Müssen wir mal gucken, was das ist, weil das kann es eigentlich nicht sein. Oh, da ist bei mir ein Kabel gerade lose. Sprichst du nochmal? Christian? Ja. Nö, okay. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Ich hab dich ausgerufen, weil du nichts vergisst. Dann hast du noch was sein. gemacht? Hm? Wie hast du noch mal gemacht? Ähm, eineinhalb sechs hatte ich glaube ich. Okay, machen wir noch ein paar. Wollen wir da auf Zellen nichts mehr haben? Wie bitte? Wollen wir Zellen haben? Gerne. Haben wir immer noch keine? Ich versuche sie nochmal quaffen zu lassen. Hm. Wir würden es glaube ich mal eine zweite Banning Maschine machen. Banning Maschine machen. Weißt du wieso? Wenn da der Zirkel drin ist, zieht das Ganze rum. Du hast die falschen... Ja. Das sind die falschen Motoren. Switch-Motoren. Wieso? Du hast gesagt, das sind Switch-Motoren und du hast eine Switch-Motor verlangt. Ja, ich habe aber nach Rooting Switch-Motoren verlangt. Das sieht jetzt nicht so aus. So ein sehr großes Problem. Du hast das Gefühl, dass der kaputt geht. Oder braucht der echt so lange, um abzubauen? Ja. Ja, ok. Es ist kaputt gegangen. Perfekt. Also brauchen wir einen neuen. Ja, warte. Ich habe noch einen. Liebes in der Kiste. Einen könnte ich schon mal geben. Okay. Ich nehme eine Kiste. Okay. Alter. Schon zum dritten oder vierten Mal. Schon zum dritten oder vierten Mal. Ah. Was? Hier. Zumindest das... ...Routing. Und dann noch ein Routing-Book. ...Fall es geht. Alter. Das habe ich nicht aufgelegt. Das habe ich nicht aufgelegt. So, Christian. Ja. Damit haben wir eine neue Maschine. Wie wäre er? Den Chemical Reaktor. Okay. Kann ich nicht. Ich muss mal kurz gucken, was für ein Feld das jetzt war. Ja. Komm mal kurz hier rüber. Ich wiederhole. Komm mal kurz hier rüber. Ja. Warte mal kurz. Puh. Ja, okay. Wo bist du da? So. Hinter dir. So, wenn du mal da rein schaust. Wir haben jetzt hier so ein kleines Centerface. Ich tu mal links Zertusquads rein und rechts Sodiumdust. Und man wartet. Weißt du, was man da rausbekommt? Ja. Zertusquads. Ich weiß. Wie insufficient energy line. Wollt ihr mich verarschen? Ja, eigentlich nicht. Was ist hier los? Ich hab ja gerade keine Ahnung, was hier los ist. Strom wird sofort nachproduziert. Jetzt sag bloß nicht, das reicht nicht aus. Weißt du, was ich im Gefühl hab? Was? Dass das Dragon Egg Energy, dieser 35er, alles packt, das eigentlich gar nicht sein könnte. Was ist das? Was ist das? Naja, das war das total Domidee von mir. Ich würde aber sagen, wie lange haben wir jetzt aufgenommen? Gute Stunde war jetzt schon, ne? Ja, sicher. Wollen wir dann mal langsam zum Schluss kommen? Können wir. Also ich werde das hier definitiv noch fertig bauen, irgendwann. Hier ist es auch. Wo ist hier die Energie hin? Hier waren Kabel. Hast du da drüben, äh, zwischen Walkwasher und Faust, irgendwie, ein Ergebnis hier, die Kabel entfernt? Wo denn genau? Hier auf der Strecke. Ja, ich habe die entfernt, weil ich die alle oben entlang gelegt habe. Ja, dann fehlt jetzt hier der Anschluss, okay. Ich hab eigentlich alles bei eigentlich mit Strom versorgt. Ja, ich hatte aber eben was abgerissen. Dann ist gut. Bist du da was abgerissen hast? Ja, ja, dann ist gut, das hab ich noch nicht gesehen. Hat mich jetzt grad nur gewundert. Aber wenn auch was. Kannst du mir eventuell noch eine Holding-Track machen? Ja, schau ich mich halt an. Die normale Holding-Track, ne? Ja. Warte mal. Hatte ich nicht eben schon gemacht? Ich dachte hier eben auf jeden Fall, ah, die Lockdown-Tracks vergisset. Äh. Haben wir noch Wooden, Tye oder Welp? Oh, das wird knapp. Werte mal, dass wir irgendwo noch hier Wooden-Tye rumfliegen haben. Und dann bräuchte ich noch mehr Routing-Switch-Lever. Ja. Wollen wir das dann in der nächsten Aufnahme wieder machen? Ich mach dir noch die End-Track. Ja. Wir können auch jetzt schon aufnehmen. Ja, okay. Machen wir so. Dann haben wir bis zum nächsten Mal auf jeden Fall wieder genug Zellen und so. Oua. Gut. Würde ich sagen, wenn euch diese Folge oder ich wollte euch diese Aufnahme gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Schaut doch auch mal beim Bakerman vorbei oder beim Trivodo oder beim Street-Digger. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Technik SMP ROT Version 2. Bis dahin. Tüdelü.